Und 1947 trifft sie in München auch auf einen der Wächter von Ravensbrück. Sie erzählt später, dass dieser in einem Gespräch sie um Vergebung bittet, was ihr aber nicht leicht fällt. Später schreibt sie in ihrem Buch Zuflucht, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die mir entgegengestreckt wurde. Dann gestah etwas Unglaubliches. Hallo und herzlich willkommen bei der Serie Meisterpredigt bei Glauben, Denken. Mein Name ist Arndt Schnepper und ich unterrichte praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Eversbach. In dieser Reihe geht es um Frauen und Männer, die für die Predigtgeschichte von besonderer Bedeutung sind, die aber auch Inspiration für die heutige Predigtpraxis bereithalten. Manche Menschen hegen gegenüber Predigten bekanntlich keine großen Erwartungen mehr. Ich möchte daher einen anderen Akzent setzen. Im Idealfall ist es nämlich so, dass Gott selbst mittels der Predigt anfängt zu sprechen. Der Schweizer Reformator Heinrich Bullinger hat dieses Geheimnis einmal sehr prägnant formuliert. Predikatio verbi di est verbum di. Das heißt, die Predigt des Wortes Gottes ist Gottes Wort. In diesem Beitrag geht es um Corrie ten Boom. Sie ist im deutschsprachigen Raum sicherlich die bekannteste Person aus den Niederlanden, die wir mit Predigen zusammenbringen. Und das, obwohl ihre Biografie lange Zeit gar keine Hinweise darauf enthielt. Und sie ist vielleicht ebenso in den 1960er und 1970er Jahren eine der bekanntesten Predigerinnen in Nordamerika und Europa überhaupt. Cornelia Arnolda Johanna ten Boom wird am 15. April 1992 in Amsterdam geboren. Ihr Kurzname heißt Corrie ten Boom. Und unter diesem Namen kennt man sie bis heute. Später wohnt sie mit ihren Eltern in Haarlem, wo sie auch den Beruf des Uhrmacherhandwerks erlernt. 1924 ist sie die erste diplomierte Uhrmacherin in den Niederlanden, die in diesem Gewerbe auch arbeitet. Corrie sowie ihre Geschwister und Eltern gehören zu der niederländisch reformierten Kirche. Und dort gehören sie zu einer Gruppe, die von der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts erfasst sind. Das beinhaltet die Wertschätzung der individuellen Bekehrung, das regelmäßige Bibellesen, aber auch die Hochachtung vor dem Judentum als dem ersten Volk Gottes. Von Corrids Großvater wird berichtet, dass er in seinem Amtszimmer, in seinem Arbeitszimmer, ein Bild von Isaac da Costa hingen hatte. Costa war jüdische Abstammung und seinerzeit einer der bekanntesten Schriftsteller des Königreichs. Costa wurde Christ, ließ sich taufen und zählte dann zur Erweckungsbewegung dazu. Als Judenchrist übte er einen enormen Einfluss auf die reformierten Christen in den Niederlanden. Im Mai 1940 marschiert dann die deutsche Wehrmacht in das Land ein und in dieser Zeit wird das Haus der Terden Boms zu einer wichtigen Wohnung des niederländischen Widerstands in der Stadt. Regelmäßig kommen hier Mitglieder des Widerstands zusammen, auch verfolgte Juden, und verstecken sich in der Wohnung, um dann später weiterzureisen oder auszureisen. Man nimmt an, dass auf diese Weise die Familie Ten Boom etwa 800 Juden das Leben gerettet hat. 1971 hat sie dann diese Erfahrung in ihrem Buch Die Zuflucht The Hiding Place des Rühlplatz veröffentlicht. Vier Jahre später wurde das Buch verfilmt. Bis zum 29. August 1942 geht das auch alles ganz gut so, doch dann wird die Familie verraten und enttarnt. Die Gestapo verhaftet alle, die an dem besagten Tag im Haus sind. Corrie, ihre Schwester Betsy, ihren Bruder Wilhelm, sowie ihre Schwester Nolly van Wurden und deren Sohn Peter van Wurden und ihr Vater Kasper. Das Versteck mit den aktuell vier jüdischen Erwachsenen und zwei Widerstandsmitgliedern wird aber nicht entdeckt. Zuerst wird die Familie ins Gefängnis von Sreveningen überführt. Nelly und ihr Sohn werden bald freigelassen, doch der Vater stirbt schon nach zehn Tagen. Die Geschwister verbringen insgesamt mehrere Monate getrennt in verschiedenen Gefängnissen. Dann wird der Bruder Wilhelm in das Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht. Die beiden Schwester Corrie und Betsy treffen sich in dem Gefangenentransport zum berüchtigten Konzentrationslager Ravensbrück bei Berlin. Und mit jeder Stunde werden sie mehr und mehr in das Land ihre Ängste hineingetragen. Es ist jetzt nicht der Ort, diese Zeit im Genauen nachzuzeichnen, aber Corrie meint später in einem Buch jeden Tag geschieht etwas anderes, unbegreiflich Grausames. Und dort in Ravensbrück erhalten sie dann auch den Eindruck, dass Gott später in der Freiheit mit ihnen noch etwas vorhat. Die Stille der Nacht ist über 700 Frauen gefallen, die dicht zusammengedrängt liegen und schlafen. Betsy, meine Schwester, weckt mich und flüsternd erzählt sie, was Gott ihr gesagt hat über die Arbeit, die auf uns wartet, wenn wir frei sein werden. Betsy sagt, wir müssen ein Heim aufmachen für Menschen, die gelitten haben, wie wir hier und anderswo, wo der Krieg das Leben zerstört hat. Aber die wichtigste Arbeit, die uns erwartet, ist die, jedem, der es hören will, zu erzählen, dass Jesus die Antwort auf die Probleme in den Herzen der Menschen und Völker ist. Und Betsy erinnert dann ihre Schwester Corrie daran, wir werden ein Recht haben zu reden, denn wir können aus Erfahrung berichten, dass sein Licht stärker ist als die tiefste Dunkelheit. Doch ihre Schwester Betsy stirbt dann in Ravensbrück im Alter von 59 Jahren gegen Typhus und die dauernde Entkräftung kann sie nichts mehr tun. Ihr Bruder Wilhelm kann zwar später Bergen-Belsen Leben verlassen, doch er stirbt ebenso an den Folgen der Internierung. Corrie wird entlassen, wie sich später herausstellt, aufgrund eines administrativen Fehlers, denn eine Woche später werden die meisten Frauen ihres Alters umgebracht. Und nun beginnt diese unwahrscheinliche Geschichte dieser kleinen, zierlichen Niederländerin, die niemand voraussehen konnte. Am 1. Januar 1945 erreicht Corrie mit ihrem Zug Berlin und reist dann rasch weiter nach Groningen und später Haarlem, ihre alte Heimat. Am 5. Mai wird Holland von den Alliierten befreit und Corrie gründet am selben Tag noch ein Heim für Geschädigte der Kriegszeit. Weitere Gründungen von solchen Anstalten folgen und sie gründet ebenso eine Stiftung, die die wirtschaftliche Basis für ihre nun einsetzende Tätigkeit sein wird. Der Freundesbrief für die englisch sprechende Unterstützer heißt Prayer Letters, später dann It's Harvest Time, Es ist Erntezeit. Später gibt es auch eine deutsche Version mit dem Titel Hallo Freunde. Sie schreibt als erstes ihr erstes Buch, Gefangene Enttoch, das über die Inhaftierung in Ravensbrück berichtet und 1946 beginnt sie mit 52 Jahren ihre nun enorme Reisetätigkeit, die 30 Jahre andauern wird. Erst 1977 mit 580 Jahren setzt sie sich endgültig zur Ruhe und verbringt ihren Lebensabend in Kalifornien. Sie sagte von sich in schönstem Niederländisch-Deutsch Ich bin eine freie Vogel. Und so reiste sie weiter und wird bald eine gefragte Predigerin. Das Wheaton College in Chicago verfügt heute über ein größeres Archiv zu Corrie ten Boom und dort werden auch ihre vielen Reisepässe aufbewahrt, die einen Eindruck davon vermitteln, wo sie sich in den 30 Jahren aufgehalten hat. Es sind sechs Kontinente und rund 60 Länder, zwischen denen sie wie ein Weber-Schiffchen hin und her fährt. Sie predigt, hält Vorträge, evangelisiert, besucht Gefängnisse, ist seelsorgerlich eingespannt und schreibt viel. Sie beginnt ihre Reisen in den Vereinigten Staaten, wo sie zuerst mit Youth for Christ und später auch mit der Billy Graham Association oft zusammenarbeitet. 1947 reist sie das erste Mal nach Deutschland. Ein Land, wo sie rasch und gerne aufgenommen wird. Jemand, der als erstes ihr Talent auch für die Schriftstellerei entdeckt, ist der deutsche Verleger Ulrich Brockhaus. Und viele ihrer ersten Bücher erscheinen dann auch im Brockhaus Verlag. Und aus diesen Büchern zitiere ich auch sie, Corrie ten Boom. Sie kommt also nach Deutschland, ein Land, deren Boden sie eigentlich nie mehr betreten wollte. Doch sie gewinnt den Eindruck, dass Gott dort einen Auftrag für sie hat. Älteren Berichten zufolge stellt sie sich in den Kirchen und Gemeinden immer folgendermaßen vor. Ich bin Corrie ten Boom, eine holländische Urmacherin mit Ton auf dem Ahr. Sie gewinnt bald viele Freunde und hält dort etliche Vorträge und Bibelstunden. Heute ist es fast vergessen, welche Faszination damals Corrie ten Boom auslöste. Vor allem auch in Deutschland. 1963 gibt Ulrich Pazzani ein kleines Büchlein heraus mit dem Titel Evangelium, Aktualität und Kraft. Und in diesem Büchlein lässt er drei seines Erachtens bedeutende Prediger seiner Zeit zu Wort kommen. Das ist der US-Amerikaner Billy Graham, der rheinische Pfarrer Wilhelm Busch und die Niederländerin Corrie ten Boom. Dabei ist es damals schon bekannt, dass Corrie ten Boom eigentlich eine charismatische Christin war. Sie hatte sich weiterentwickelt, hat damals viele Reisen unternommen, viele Menschen kennengelernt. Im Jahr 1953 erlebt sie eine Taufe mit dem Heiligen Geist. 1959 lässt sie sich im indischen Kalkutta durch Untertauchen in einer Baptistengemeinde auch noch einmal taufen. Und dennoch, viele Menschen mögen sie. Damals eine Besonderheit. Man schaute geflissentlich darüber hinweg, weil man sie so sehr verehrte. Und Ehre wurde ihr zuteil. 1967 wird sie für den Einsatz für Juden von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Ehrentitel Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet. Sie wird von der Königin der Niederlande für ihren selbstlosen Einsatz während der Zeit der deutschen Besetzung zum Ritter geschlagen. Und sie gehört 1974 auch zu den Sprecher und Sprecherinnen des Kongresses für Weltevangelisation in Lausann. Schauen wir ihre Predigten heute an. So muss man feststellen, dass sie sehr, sehr einfach gehalten sind. Und dennoch scheinen sie mehr lesenswert zu sein als manche andere Predigtbücher aus der damaligen Zeit. Die unzähligen Wiederauflagen bis heute drücken das auch so aus. Und es ist die Frage, wie diese Resonanz zu erklären ist. Nun, ich denke, in einem Fall ist es vor allen Dingen der biografische Faktor. Der griechische Philosoph Aristoteles spricht einmal davon, dass es drei wesentliche Überzeugungsmittel gibt, nämlich erstens Logos, die Argumentationskraft, zweitens Pathos, die Fähigkeit, Gefühle zu erwecken und drittens Ethos, also die Persönlichkeit, das Vertrauen, das wir einem Menschen entgegenbringen können. Und es ist dieser dritte Punkt, der Corrie ten Boom so sehr auszeichnet. Im Einsatz für die Verfolgten während der deutschen Besatzung, ihr Leiden im Gefängnis- und Konzentrationslager und ihr persönlicher Wunsch nach Versöhnung, das alles weckte damals in den 1950er, 1960er und 70er Jahren großes Interesse und viel Aufmerksamkeit. Die Menschen nahmen sie als eine überzeugende Persönlichkeit wahr. Und 1947 trifft sie in München auch auf einen der Wächter von Ravensbrück. Sie erzählt später, dass dieser in einem Gespräch sie um Vergebung bittet, was ihr aber nicht leicht fällt. Später schreibt sie in ihrem Buch Zuflucht, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die mir entgegengestreckt wurde. Dann gestah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Solche Bekenntnisse machten Eindruck und verfehlten ihr Ziel nicht. Auch der Umstand, dass sie gegenüber Deutschland und den Deutschen überhaupt gar keine Zurückhaltung mehr an den Tag legte, das imponierte den Menschen und öffnete Fenster für sie. Es war die, so denke ich, Erfüllung der Ahnung ihrer Schwätzer Betsy in Ravensbrück. Wir werden ein Recht haben zu reden, denn wir können aus Erfahrung berichten, dass sein Licht stärker ist als die tiefste Dunkelheit. Ein weiterer typischer Punkt von Tim Bohm war, was ich einmal die Unmittelbarkeit des Glaubens bezeichnen möchte. Peter Strauch, der ehemalige Präses der Freien Evangelischen Gemeinden und langjähriger Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Deutschland, spricht davon. In einem Beitrag der Zeitschrift Aufatmen schilderte er das so, dass Kerry ten Boom für ihn zwar keine neuen theologischen Erkenntnisse vermittelt habe, aber sie machte für ihn erfahrbar, was der Hebräerbrief von Moses sagt. Er hielt sich an dem, den er nicht sah, als sähe er ihn. Peter Strauch wörtlich Oft, wenn ich in der Gefahr stand, dass mein Glaube unwirklich, theoretisch und nichtssagend wurde, half mir das Zeugnis von Corrie ten Boom wieder ins konkrete geistliche Leben zurück. Durch sie entdeckte ich die unmittelbare Vertrautheit mit Jesus, nach der ich mich so sehr sehnte, sie prägte meinen Umgang mit ihm. Und das ist es wohl auch gewesen. Corrie ten Boom verkörperte den christlichen Glauben derart ehrlich und einfach und so gewinnend, dass das für viele Menschen ausgesprochen faszinierend war. Sie erzählt einmal, dass sie auf einem Schiff sich befand, auf dem auch ein Radarapparat an Bord war. Es war dicker Nebel, so dick, dass man das Wasser um sich herum nicht sehen konnte, aber auf dem Glase des Radars war ein Lichtstreifen der Anzeige, dass ein Schiff nicht weit entfernt war. Und Corrie ten Boom schreibt, der Radarapparat sah durch den Nebel hindurch, während unsere Augen versagten. Ebenso ist es mit dem Glauben. Er erkennt die Wirklichkeit Gottes, wo unsere Vernunft nichts zu erkennen vermag. Bei so viel persönlichem Charisma meint man vielleicht, dass ein Pfeilen an den eigenen homiletischen und rhetorischen Fähigkeiten nicht notwendig sei. Corrie ten Boom sah das anders. Sie berichtet davon, dass sie immer Videobänder und Vorträge bei sich zu Hause aufbewahrte, um sie sich anzuschauen und auch daraus zu lernen. Sie schreibt, dass sie sich dann Notizen davon macht, etwa wie diese Botschaft war nicht aussagekräftig genug oder ich habe den Rettungsweg nicht klar genug gezeigt oder ich habe diesmal zu viel aus meinem Konzept vorgelesen oder das ist hier viel zu lang. Wie sie also lernte, sich eigene Sachen anzusehen, eigene Videobänder, um daraus zu lernen. Ich habe den Eindruck, dass das etwa auch an Paulus in seinem Brief an Timotheus erinnert, die Gabe, die man von Gott geschenkt bekommt, nicht außer Acht zu lassen. Das Charisma erübrigt nicht die Übung, beides gehört so dazu. Die frühere Lektorin des Brockhoff-Verlages, Elisabeth Wetter, schreibt einmal, dass das Besondere, die große Gabe von Coritain Boome, die gewesen sei, geistliche Wahrheiten in verstehbare Bilder umzusetzen. Und von solchen Bildern gibt es bei ihr tatsächlich eine ganze Menge. Ein solches Bild gebrauchte sie etwa 1974 auf dem Lausana-Kongress für Weltmission. Dort erzählte sie die Geschichte vom Specht, der während eines Gewitters mit seinem Schnabel nach Art der Spechte an den Baum hämmert. Plötzlich schlägt der Blitz ein und spaltet den Stamm. Daraufhin flattert der kleine Vogel aufgeregt durch den Wald, laut rufend, ich wusste ja gar nicht, welche Kraft ich in meinem Schnabel habe. Für Corrie ein Beispiel unseres Verhaltens. Wenn Gottes Geist uns gebraucht, buchen wir es oft auf unser eigenes Konto, sagte sie. Vielleicht kann er uns deshalb manchmal nicht beschenken. Ein sehr bekanntes und berühmtes Bild von ihr ist ebenso auch das Geheimnis des Teppichs aus ihrem Buch Gefangene enttuch auf Deutsch dennoch von 1946. Dort erzählt sie, wie sie mit ihrer Schwester Betsy in Ravensbrück im Bett liegt. Wenige Augenblicke später gehen wir schlafen. Betsy und ich liegen nebeneinander in unseren engen Betten. Ich schlafe nicht, aber Ruhe und Frieden senken sich in mein Herz. Und ich weiß, dass der Herr sie mir geschenkt hat. Gott irrt sich niemals. Und nun kommt das bekannte Bild. Das Leben und Sterben um uns herum erscheint uns oft wie ein düsterer Teppich mit furchterregenden, sinnlosen Muster. Das ist aber nur die untere Seite, die wir mit unseren erdgebundenen Augen zu erblicken vermögen. Einst werden wir auch die obere Seite sehen dürfen. Dann werden wir ob des unfassbaren Wunders staunen und Gott dafür danken. Corrie hat später auf ihren Reisen auch manchmal einen kleinen handgewebten Teppich in ihrer Tasche mitgeführt. Es wurde eines der ganz großen Bilder, die sie immer und immer wieder auch gebrauchte. Es gibt auch das andere Bild von ihr, wie sie Haushalterschaft beschreibt. Im englischen Stewardship. Und sie sagt dort in ihrer Beschreibung, dass dieses Bild auch das Leben auf einem großen Schiff beinhaltet, das Leben des Stewards. Und dort beschreibt sie, wie wir als Christen und Christinnen mit einem großen Schiff und reicher Ladung unterwegs sind. Und dieses Schiff ist für viele Leute an vielen Plätzen bestimmt. Eigentümer des Schiffes ist Gott und wir sind der oder die Kapitänin. Und du, fragt sie, siehst du dich als Eigentümer oder als Kapitän des beladenen Schiffes? Lieferst du dir Güter aus oder behältst du sie für dich? Und dann auch sehr berühmt das Bild des Thermometers. Sie sagt, manchmal bin ich ein Thermometer bei all der Not um mich herum. Ich falle. Aber so, Corrie, wir müssen Thermostate sein, nicht Thermometer. Ein Thermostat spürt die Kälte und ersetzt sofort die fehlende Wärme, indem er das Zimmer mit dem Ofen in Verbindung bringt. Das ist es, was wir tun müssen. Zu den vielen starken Bildern kommt auch ihre Begabung, aphoristisch oder gnomisch zu predigen. Darunter verstehe ich ihre Kompetenz, viele kleine Sentenzen, Sätze zu formulieren, die wie kleine Kristalle wichtige Einsichten des Glaubens zusammenfassen. Viele ihrer Sätze sind mittlerweile ins kollektive Gedächtnis der pietistischen und evangelikalen Welt eingesickert. Die Autorin haben wir vergessen, aber die Sätze kennen wir. Einige dieser Sätze möchte ich gerne vorstellen. Von Corrie stammen diese. Glaube ist keine Garantie gegen Schwierigkeiten, aber es ist eine Garantie gegen Niederlagen. Oder Gottes Hände sind weich, auch wo seine Wege rau sind. Je mehr du den Willen Gottes tust, desto besser wirst du den Willen Gottes erkennen. Die Welt liest nicht die Bibel, sie liest aber dich und mich. Es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Wenn Menschen horchen, spricht Gott. Wenn Menschen gehorchen, handelt Gott. Gib dem Herrn nicht die Person, die du zu sein wünschst, sondern die Person, die du bist. Eine Fahrt über den Ozean macht noch keinen Missionar. Mut ist Angst, die gebetet hat. Wenn du die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Wenn wir Gott unsere Schuld bringen, dann nimmt er sie und versenkt sie im Meer, da, wo es am tiefsten ist. Und am Ufer stellt er ein Schild auf. Darauf steht, Angeln verboten. Der Herr hat keine Probleme, er hat Pläne. Darum gibt es im Himmel nie Panik. Und dann, das Beste kommt noch. Het beste Deel kommt noch. Dieser Satz ist von ihr und damit meinte sie die Erwartung auf die Wiederkunft Christi, die für sie eine große Rolle in ihrem Leben so spielte. 1977 entschließte sich mit 85 Jahren endgültig sesshaft zu werden. Sie bezieht ein Haus in Kalifornien mit ihrer Freundin Pam Roosevelt und sie nennen dieses Haus Shalom. Es sind ihre letzten Jahre. Sie erleidet Schlaganfälle. Mit 87 Jahren kann sie nicht mehr den rechten Arm und das rechte Bein bewegen. 1980, mit 88 Jahren, wird sie dann bettlägerig. Und noch einmal drei Jahre später, am 15. April, also am Tag ihres Geburtstages gegen 15 Uhr stirbt sie 1983 mit 91 Jahren. Beerdigt wird sie auf einem Friedhof und die Grabplatte beinhaltet einen Spruch, der ihr Leben und auch ihren Glauben in einem Kristall zusammenfasst. zusammenfasst. Jesus ist Viktor. Jesus ist Sieger. Ich hoffe, dieser Beitrag hat deine Neugierde für das Predigen geweckt. Ich lade dich ein, auf unserem Portal Glauben Denken dich näher umzusehen. Dort gibt es eine Menge mehr zu entdecken. In diesem Sinne alles Gute, viel Segen und bis zum nächsten Mal. Dirk 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 Untertitelung des ZDF, 2020